so leute ich würde sagen wir machen gleich die nächste story aufgabe hier wenn ich sie finde wo ist er da sag mal bin ich jetzt blöde also hier ist dickens die gehören doch eigentliche gar nicht dazu war ich weiß jetzt nicht ach wird wahrscheinlich hier die sein so spielen muss ich mich mal ein bisschen vorankommen hier wahrscheinlich steckt mit son in derselben zwickmühle mr green hier das ist es er passt zu einer schatulle der königin sie ist im tower von london die reinste festung sie haben nicht zufällig freunde dort einfach mann falls sie ihn finden wenn sie drin sind wir sprechen uns wenn ich das tuch habe danke für die hilfe richtig ja viel glück gut schwer bewacht ist nicht so gut ladezeiten kann man nicht machen wir uns den bildschirm hier angucken sind immer ein bisschen rumrennen hier im kreis so na nun los los geht's los geht's los geht's los geht's los geht's geht's jetzt vielleicht los mach 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 na endlich also sehr viele wachen vorhersehbare patrouillenwege vorn könnte schon drin sein ich bleib lieber hier im schatten oh gott ähm den aussichtspunkt erreichen gut da muss ich erstmal hier ein bisschen also weniger als fünf wachen töten das sollte ja eigentlich machbar sein wenn ich bloß diesen aussichtspunkt erreichen muss so hier sieht erstmal alles gut aus gut das kann es jetzt nicht gewesen sein dann muss ich weiter das tuch ist in der truhe zu der dieser schlüssel passt findet es und bringt es her halt es kommt es kommt es 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 die wahl verbindete wachen unterstützung oder in von infiltrationsgelegenheit wo so wo muss ich denn überhaupt hin okay okay also die wachen sind blau und die anderen sind rot so gucke mal da da müsste ich eigentlich hin weil dann kann ich da gleich gleich was gutes machen guck mal guck mal so kann sie in der nähe von lucy sound bringen ohne verdacht zu erregen okay mit der muss ich eigentlich nur reden das ist natürlich locker sehr schön dem himmel sei dank diese form hat als wachen verkleidete templar eingeschleust ich denke ich lange genug als einer von denen durch und ich reinzubringen aber die wachen kennen mein gesicht kümmere dich zuerst um die kommt zum white tower wenn du soweit bist ach die verkleideten templar töten ok schade ich dachte wäre doch leichter ist es aber leider nicht ist es aber leider nicht zack den haben wir da ist der nächste nicht töten muss geht natürlich hoch wenn ich trafik nicht scheiße kann ich da hin ach Mist von hier kann ich nicht werfen ach packt da nicht kann ich den ach kein konig boah Leute da muss ich jetzt mal radikal vorgehen oder auch nicht ach ich weiß nicht so richtig aber vielleicht kann ich jetzt erstmal den töten das wäre super Mann fuck ich treffe die nicht Mist heißt m m m m m m m m ihn töten könnte noch da kann ich mich jetzt zu gehen da hinten oder es wird schon die blöde Kuh boah ich muss den jetzt umbringen ich hoffe ich habe ein bisschen Glück ein paar von Miss Thorns Freunden übrig Ach Quatsch, die muss ich gar nicht töten das ist ja der von mir hier ach ich trottel ey da muss ich da muss ich nochmal aufpassen dass hier jetzt keiner ist so wie gesagt, die dürfen mich ja auch nicht sehen weil die sehen dürfen sie mich schon aber das wäre eigentlich blöd los die habe ich so, jetzt muss ich den wieder erreichen und dann hoffe ich, dass ich da reinkommen kann und hier nicht noch irgendwas machen muss dann habe ich ganz souverän die Extraaufgabe auch geschafft das wäre perfekt oh oh oh, jetzt muss ich kurz aufpassen da laufen nämlich die das welcher aber die laufen dann zurück nee Okay. Okay. du das irgendwie vortäuschen ich tue mein bestes ok sie können ihr tempo mit L oder R2 ändern ok ich darf nicht entdeckt werden wenn wir zu nahe kommen merken diese Templer vielleicht dass ich keiner von ihnen bin dann halten wir lieber Abstand so jetzt muss ich erstmal ah ok ich muss da rein naja also bis jetzt sieht nur alle die haben sie gut aus ich hab die Assassinen öffnet die Tür sagt Miss Thorn dass ich die Assassinen bringe du hast sie guter Mann so rein hier jetzt muss ich aufpassen ein Attentat auf Lucy Thorn so ist die denn da ähm wie komme ich da jetzt hin eventuell muss ich da hoch ich glaube ich muss hier hoch oh ich muss da durch ist da ein Hebel ach verdammt ey die entdecken mich ja total schnell nein der ist jetzt tot fack so die habe ich jetzt mit einem Attentat geholt also da haben sie mich schließlich doch noch erwischt und was haben sie nun davon das Tuch ist nicht hier sie wollten es als Heilmittel um ihre eigene Macht auszuweiten nicht meine unsere ihr seid so kurzsicher